So, guten Tag. So, hallo und herzlich willkommen in unserem Fitnessstudio. Sei stark anstatt ein Lappen. Dann stell dich doch mal kurz vor, wo du so herkommst, wie alt du bist. Und ja. Ja, mein Name ist David Janowek. Ich bin 23 Jahre alt. Und ja, ich bin männlich, sehe gut aus. Sieht man ja, Zwinker. Und ja. Ja, ich habe mich beworben als Athlet. Ich bin schon sehr sportlich. Okay, super. Also wenn ich mir so deine Unterlagen angucke, sehe ich schon, dass du 10 Jahre den Sport machst. Das hast du in dem Schreiben, Anschreiben erwähnt. Ist schon ziemlich Wahnsinn. Also da hat man durch diese 10 Jahre schon viel Erfahrung geleistet und gesammelt. Und da wir auf Instagram und TikTok deine Videos gesehen haben und wertgeschätzt haben, nehme dich gerne auf in unserem Fitnessstudio. Sei stark anstatt ein Lappen. Und du findest du immer der ganzen Tag nicht überrascht. Okay, dann gehe ich deine Hand. Okay. Und du da machst du, was ich harte mesa,